Untertitelung des ZDF, 2020 Das war ich nicht, das war eine Kollegin, die ist auch blond Echt? Frau Bischof ist diplomierte Schauspielerin Was macht ihr jetzt? Ich anergänze ich gerade eine Auszeit Aha Das ist auch bloß eine, die es nicht gepackt hat Eine arbeitslose Schauspielerin, die noch nie im Tatort war Ein Loser eben, ne? Ist das hier so eine Art Beschäftigungstherapie? Ich lasse mir doch jetzt nicht Wir kommen nicht mehr in der Statistik vor, weil wir in irgendeiner hirnlosen Maßnahmen sind Du hast einen Job Ja, und? Wahrscheinlich haben meinem Chef einfach die Titten gefallen Du hast aber auch wirklich sehr schöne Titten Du hast auch sehr schöne Titten Das sind Loser-Titten Tschüss Das ist der Ding hier Ihr ehemaliger Chef Läds Jans Stadtteater ein Wir kommen gleich wieder Wir gehen nochmal kurz frische Luft schnappen Also ich hab total Bock Ja, ich auch Ja, aber Bock allein reicht nicht Das überfordert die Gruppe Ach, ein bisschen Überforderung hat doch noch keinem geschadet Ach, was ich nicht? Oh 아침 Ich habe noch mal Das ist eine stakelinige Bitte schön Sie, ablauen Ich bin amo